Wer wie was Kennen Sie schon Ihr persönliches Allianz Aktivdepot? Mit der Anwendung Mein Aktivdepot haben Sie den perfekten Überblick über Ihre Geldanlage. Mein Aktivdepot lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Und wie erhalten Sie Ihren persönlichen Zugang? Ganz leicht, die Zugangsdaten liegen Ihnen bereits vor. Melden Sie sich mit Ihren Daten auf meine-allianz.de an. Unter Verträge und Angebote finden Sie im Bereich Mein Vermögen den Link Mein Aktivdepot. Gleich auf den ersten Blick sehen Sie Ihren aktuellen Depotwert. Und mit einem Klick tauchen Sie tiefer in Ihr Aktivdepot ein. Erkunden Sie zum Beispiel Ihre individuelle Depostruktur, also die genaue Zusammensetzung Ihres Depots. Ihr Aktivdepot wird, wie der Name schon sagt, aktiv gemanagt. Und zwar von Markus Stahlhacke und seinem Team. Regelmäßig erklärt er Ihnen in einem persönlichen Video, wie er und sein Team Ihr Depot aussichtsreich für Sie verwalten. Sie wollen Details über die Wertentwicklung Ihres Aktivdepots erfahren? Ihre individuelle Wertentwicklung steht schon für Sie bereit, seit dem Tag Ihrer Erstinvestition oder in dem Zeitraum, den Sie ganz flexibel selbst auswählen können. Und das Beste? Über Mein Aktivdepot können Sie einfach investieren oder Auszahlungen vornehmen. Bequem online, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, worauf warten Sie noch? Entdecken Sie selbst, wie Sie Mein Aktivdepot aktiv nutzen können. Bequem online, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Bequem online, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.